Musik Wir sind hier in Ständer auf dem Hochschulkampus von der Hochschule Magdeburg-Ständer. Musik Ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben ein bisschen über das Hochwasser gesprochen, über Folgen und auch Ursachen vielleicht. Wie sich das auch mit dem globalen Klimawandel verbinden lässt. Musik Ja, warum ich euch eingeladen habe, ich finde, es ist ein wichtiges Thema, Klimakämpfe. Und ich denke aber auch, dass da viel Gesellschaftliches noch mit dran hängt. Also da gibt es ganz viele Querverbindungen und irgendwie ein großes System eben. Ich habe auch irgendwie Parallelen gesehen hier zu dem Studium. Musik 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 Musik